Ist das schon eine Frage? Also, mein Name ist Danny, Danny Lennert, ich bin Schauspieler. Mein Name ist Doro Frauenlob, ich bin Schauspielerin und Regisseurin und für Musikvideos brennt mein Herz. Wo hast du das Lied zum ersten Mal gehört? Ehrlich gesagt in der Küche bei mir zu Hause, während ich gespült habe. Und dann musste ich aufhören, weil es mich so extrem berührt hat. Ich habe seit langem nicht mehr so befreit weinen können. Das war ein ganz intensives, schönes Gefühl. Was ging dir als erstes durch den Kopf? Ist das geil, dachte ich. Und dann, muss ich sagen, ging es relativ schnell vom Kopf ins Herz. Und da blieb es erst mal eine Weile. Welche Gefühle haben das Lied in dir ausgelöst? Das war erst mal so ein ganz krasses Identifizieren. Das Herz klopfte und ich dachte so, wow, genau das ist das, das treibt mich an. Warum ich tue, was ich tue, damit das, was ich spüre, gezeigt wird. Damit man das sehen und erleben kann. Und auch das hat es in mir ausgelöst, eine unheimliche Kraft. Auch die Kraft loszulassen, so zu weinen. Das war wow. Und das Gefühl, wenn ich es ganz konkret beschreiben muss, ist vielleicht so Aufgeregtheit, so eine Begeisterung. Weil ich gemerkt habe, das hat auch was mit mir ganz persönlich zu tun, das Lied. Das Lied gibt mir dann die Kraft im Jetzt und Hier. Geh offensiv auf deine Entscheidung zu. Hab den Mut, hab die Kraft. Was sind die ersten Bilder, die dir zu diesem Song gekommen sind? Interessanterweise legen ja die Lyrics sofort Regen nahe. Also das Thema Wasser hat schon recht schnell eine Rolle gespielt. Alles, was ich gesehen habe, war in Bewegung, inklusive Protagonisten, die ich direkt vor Augen hatte. Also es war im Fluss, buchstäblich. Und deswegen, also die Elemente Wasser und Bewegung, das hat sich auf ganz vielen Ebenen, kam das mir sofort in den Kopf. Ja, das Konzept im Storyboard bestand daraus, dass wir zwei Protagonisten hatten. Einmal die Anni als Sängerin, die performt hat, aber zugleich auch Charakter war. Und dann den Danny. Und beide sind unterwegs, beide sind auf ihrer Reise im Leben an unterschiedlichen Stellen. Das war sehr wichtig, dass Anni diejenige ist, die zieht, die da vorangeht. Und Danny, da später seinen eigenen Weg geht. Und das wollten wir so umsetzen, dass wir die zwei Ebenen zwischen Abstraktion und Realität haben und miteinander kombinieren. Und so kam es, dass wir dann diese zwei Drehorte gewählt haben. Einmal eine ganz nüchterne, kühle Badsituation, die jetzt nicht unbedingt als Bad zu verstehen ist, sondern einfach diese kühle im Leben, dieses Nicht-Sehen-Erkennen-Können. Auch nicht wirklich im Fluss sein oder in Bewegung, sondern in was zähflüssigem Gefangensein. Wo komme ich raus? Nicht unterscheiden können, was ist Wahrheit, was ist nicht. Nicht vermittelt. Deswegen auch dieses Milchige. Und die zweite Ebene war dann die realistische Ebene, wo Dinge klarer werden, wo sie Konturen bekommen, wo sie in Bewegung sind, wo es fließt. Und das war dann der Fluss in der Natur. Was war dein erster Eindruck von Anni und Leo? Mein allererster Eindruck von Anni und Leo war ein Telefonat, das ich hatte. Und das war genauso wie bei dem Lied. Das hat so unheimlich emotional angefangen und ging auch so emotional kraftvoll nach oben. Und auch nach diesem Telefonat, bei dem Ersten, war ich so emotional berührt und ich wusste, warum ich bei diesem Projekt dabei bin. Das war kein Telefonat, das war eine unheimlich schöne Begegnung. Gute Frage. Woran hast du erkannt, dass Danny der Richtige ist? Dass er sich so krass direkt selber wiedergesehen hat in dem Song und in den Gedanken und in unserem Austausch, den wir da am Telefon zuerst hatten. Und dann, dass ich wirklich sehr, sehr schnell gespürt habe, okay, so, boah, das fitted, das ist super cool. Ich habe das Lied gehört und dann stehst du da und hast dieses Gefühl, was bei dir ausgelöst, was bei mir ausgelöst wird. Und das ist, ich muss das machen, ich will das machen. Das ist das Gefühl, das dir das sagt. Und das hat dann auch jeder Austausch dann weiter bestätigt. Und das war eine sehr, sehr überraschend schöne Zusammenarbeit, weil mit Danny hatte ich vorher noch nie gearbeitet. Und ich hoffe sehr, dass es nicht das letzte Mal ist. Kriegst du mir gleich Pipi in den Augen? Also ich, wenn ich da über ihn rede. Was dachtest du, kommt da auf dich zu? Auf jeden Fall kein kaltes Wasser und auch nicht so viel Milch. Wobei die ja nicht schlecht ist, aber nicht auf dem Wege. Also man sagt ja immer, gut ist, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Aber ich wusste vom Grundgefühl, das, was kommt, das wird mega aufregend. Das wird ein kleines, großes, unabsehbares Abenteuer. Es war mir egal, was auf mich zukommt, weil ich bin ein emotionaler Mensch und das macht das Leben so wertvoll. Und von daher, egal was kommt oder was auf mich zukommt, das war mir egal. Und irgendwie war es auch so, dieses Gefühl, wenn man etwas kreiert, wenn man in einen Song, in Musik eintaucht, dass man sich treiben lässt. Und da sind wir wieder bei der Bewegung, da sind wir wieder beim Element Wasser. Als Schauspieler bin ich dann auch zu neugierig und ich versuche immer neutral auf die Projekte dann zuzugehen. Das war hier nicht mehr möglich, weil die Emotionen so extrem da aufgewühlt waren. Was war in dem Projekt deine größte Herausforderung? Jo, bleiben wir doch mal beim kalten Wasser. Man musste halt ständig im kalten Wasser liegen, sitzen, stehen, während ich Gummistiefel anhatte und Anweisungen gegeben habe. Beim Drehen ist es dann auch so, dass du natürlich nur Auszüge aus dem Lied dann hörst, dann kommst du nicht so in dieses emotionale Gefühl. Aber das war auch nicht nötig, weil ich das letztendlich beim ersten Mal hören immer in mir hatte und in dem ganzen Projekt. Deshalb war Stichwort Milch und kaltes Wasser die größte Herausforderung. Man hat eine Vorstellung, wie etwas läuft, wie man etwas umsetzen möchte. Und dann gibt es immer tausend Gründe, warum das eine oder andere so nicht passiert. Und in dem Moment dann noch zurück zur Identität der Sache, des Liedes, des Anliegens zu kommen und zu sagen, Okay, so, was mache ich jetzt damit und wie überfordere ich jetzt auch niemanden, aber untergrabe auch nicht die Möglichkeiten. Und im Moment dann zu entscheiden, okay, damit arbeiten wir jetzt, das ist es. Ja, und ich glaube auch, niemanden in seiner Erwartungshaltung oder auch die Künstler Anni und Leo nicht zu enttäuschen. Und am Ende ein Produkt zu haben, ein Ergebnis, mit dem wirklich alle happy sind. Das ist, glaube ich, immer das Anliegen, dass es nicht nur irgendwie funktioniert, sondern dass es bestmögliche Outcome ist. Und das macht den notwendigen, wie ich finde, Nervenkitzel dann auch bis zum Schluss und fordert heraus. Und natürlich die wenige Zeit, weil einfach noch ein Take manchmal oder noch was anderes ausprobieren. Das will man manchmal, aber geht oft nicht. Und dann gute Entscheidungen zu treffen. Was war dein witzigster Moment beim Dreh? Ja, wir hatten ganz viele. Ich würde sagen, es gab viele witzige und aberwitzige Momente. Manchmal so ganz kleine Sachen wie die Palette von Milch dastehen zu sehen und zu denken, What the heck are they doing with that? Den würde ich als witzig, vielleicht für den Zuschauer jetzt nicht so witzig, für das Situationskomik in dem Moment. Und in der Konsequenz, dass dann einige Leute sehr konzentriert agieren mussten, um mein Bild durchzukriegen, was einfach nur bedeutet, einen Milchtropfen fließen zu lassen. Damit macht man sich auch potenzielle Feinde. Das wusste ich zum Glück vorher nicht. Hast du Doro wirklich gehasst? Denny, das darf ich doch sagen. Ich weiß. Nein, ich sage es jetzt öffentlich. Du hast mir ins Ohr geflüstert, dass du mich hasst. Ja. Stimmt, das war der witzigste Moment. Ja, ich habe sie, glaube ich, mehrfach gehasst. Ich hasse dich, ich hasse dich. Und sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht schon süffisant. Und da war noch nicht mal, glaube ich, ich glaube, da waren wir noch nicht mal bei Wasser. Also ich glaube, das wusste ich da noch nicht. Ich wusste gar nicht, dass Hassen so intensiv sein kann. Ja, das Thema Milch und die Farbe Weiß in allen Facetten, die konnte, glaube ich, nachher keiner mehr von uns in irgendeiner Form ertragen. Allein der Geruch von Milchpulver. Liebe Grüße, Dori. Es ist dir vergeben. Aber so ein bisschen ist noch da. Hättest du rückblickend was anders gemacht? Ja, ich hätte das Drehbuch anders geschrieben. Mit weniger Milch und weniger kaltem Wasser. Oh ja. Ich hätte gerne ein ganzes Schwimmbad voller Milch gehabt für Denny. Damit er sich so richtig austoben kann. Ich meine, heutzutage kann man einen Bach machen und dann kann man warmes Wasser reintun. Und es gibt auch irgendwie Computertechnik, wo man die Milch aus dem Auge rauslaufen lässt. Das sieht täuschend echt aus. Gibt es doch heute alles Mögliche. Meine Güte. Wieso muss man sich da authentisch ins kalte Wasser legen? Und dann, oh ja, mach mal nochmal. Das war jetzt, das lief zu schnell, der Tropfen. Ja. Oder, nee, jetzt war er zu dick. Ah, jetzt kommt gar nichts. Und nochmal. Und dann hängst du ja. Ja. Leider bin ich als Schauspieler auch immer so, ich liebe das. Ich brauche das irgendwo. So. Nein, ich hätte nichts anders gemacht. Nur so. Warst du happy, dass der Dreh nur zwei Tage ging? Oder hättest du gerne länger in dem Team gearbeitet? Ich wäre heute noch gerne mit denen zusammen und würde drehen. Und das ist schon Monate her. Ja. Es war schon sehr traurig, dass es nur zwei Tage ging. Und tatsächlich, das haben wir uns dann auch da vor Ort so gesagt, das war kacke. Anders kann man es nicht sagen, dass das nach zwei Tagen vorbei war. Wir waren so geil im Flow und dann kommen natürlich die ganzen Milchgesichter. Nein, also es war einfach eine super, super Zeit, wo man dann tatsächlich buchstäblich geflossen ist in dem Ganzen, was dort war. Also für mich war es super traurig nach zwei Tagen aufzuhören. Das hat so einen Monsterspaß gemacht. Ja, mach mal Jahre draus, das wäre schön. Aber wir sind verbunden und das spürt man. Ich habe angefangen, das Lied zu hören. Es war sofort klar für mich, dabei zu sein. Ich habe Kontakt mit Anni und Leo gehabt. Ich habe mit Dori dieses Gespräch gehabt. Ich habe alle anderen, die am Projekt dabei gewesen sind, kennengelernt. Und auch wenn die Zeit nicht da war, sich so intensiv mit diesen Menschen dann, was ich gerne gemacht hätte, auszutauschen und die kennenzulernen, ist das das Gesamte, was das so besonders macht. Die Menschen, die Energie und die Kraft, die sie da reinlegen, genau das, was das Lied zeigt, das war so ein komplettes Ding. Und das macht es für mich so besonders, diese ganze Entwicklung von dem ersten Moment, wo ich auf Play gedrückt habe, bis zu dem Moment, wo ich Anni und Leo in den Arm genommen habe und Doro und gesagt habe, bis bald. Also ganz klar die Menschen, die Menschen, die dahinter stehen, die Menschen, die das mitgestaltet haben, mit denen wir gearbeitet haben, mit denen ich arbeiten durfte. Und einfach das Anlegen dahinter von Me and the Lion, ich glaube, das ist für mich sehr, sehr ans Herz gewachsen und hat auch nicht aufgehört. Deswegen hoffe ich sehr für das Projekt, dass was angestoßen ist, was weitergeht, weil einfach eine große Vision dahinter ist, ein großer Herzschlag. Und ich einfach mich sehr geehrt fühle, dass ich dabei sein durfte. Wow. Und die stehen hinter der Kamera und ich will sie drücken jetzt. Ja, ich komme gleich. Wir haben noch nicht Cut gesagt. Ich hole noch Kaffee für alle. Möchte jemand? Ja, nee, ich nicht. Nur mit ohne Milch. Also mit ohne Milch. Siehst du, ich bin, es ist voll, jetzt machst du ein Interview, es ist voll drin. Ja, komm, tu Milch rein. Ist egal, ich zieh's durch. Hm.